Hi, ich bin mal wieder im Kindergarten und hier steht eine unglaublich toll motivierte Gruppe von Kindern vor mir. Könnt ihr mal Hallo sagen? Hallo! Super, und wir singen euch jetzt ein ganz, ganz, ganz tolles Begrüßungslied, oder wie sagt man? Ja, Begrüßungslied. Und es heißt Dieser Tag. Text oder Musik? Rolf Grenzer, M. Goethe und was weiß ich, was wie die alle heißen. So, seid ihr soweit? Können wir anfangen? Ja! Okay, es geht los, seid ihr? Es geht los. Eins, zwei, drei, und... Dieser Tag, dieser Tag, ist ein Tag, wie ich ihn mag. Fährt mich aus dem Bett hinaus, das macht mir heut gar nichts raus. Darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Und darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Und dieser Tag, dieser Tag, ist ein Tag, wie ich ihn mag. Lach, der helle Sonnenschein, kann man doch nur fröhlich sein. Darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Oh nein! Darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Hey, dieser Tag, dieser Tag, dieser Tag, ist ein Tag, wie ich ihn mag. Regen macht uns, der helle Sonnenschein, kann man doch nur fröhlich sein. Und der Helle Sonnenschein, kann man doch nur fröhlich sein. Und der Helle Sonnenschein, kann man doch nur fröhlich sein. Und darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Darum wünschen wir allen heut einen guten Tag. Ja, dankeschön, super. Und jetzt sagt ihr nochmal Tschüss. Tschüss.